Aus den Tiefen des Kosmos, nach einer ganz kurzen Kreativpause, kehrt ein Held zurück. Und er ist nicht allein. Jetzt kann's wieder losgehen! Die unbeschreiblichen Abenteuer des Raumpiloten Ion Tichy. Rüppel auf das Hochpiloten. Held vom Kosmos. Ich weiß nicht, was ich bin. Schwanzrotte? Ich bin die analoge Halluzinelle. Bin ich die Held? Hä? Bin ich Ion Tichy? Held von Kosmos. Verwegene Geschichten frei nach Stanislav Lenn. Willkommen bei meinem lustigen, gewisslichen Abenteuer. Ion Tichy Raumpilot. Ab 4. November ZDF Neo.